Wenn deine Wärme meine Kälte besiegt. Von Brittany C. Cherry. Es lesen Yeshim Maisait Liebe HörerInnen, dieses Hörbuch enthält potenziell triggernde Inhalte. Falls ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr unter lübe.de slash wenn deine Wärme eine Triggerwarnung. Achtung, diese enthält Spoiler für das gesamte Hörbuch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Euer Lyx Verlag. Für all die Typen, die ich über Dating-Apps kennengelernt habe. Danke für all das, was ich in meinen Büchern verarbeiten konnte, ihr Idioten. Ich hoffe, ihr genießt die Feiertage. Du nicht, Marty. Fick dich, Marty. Prolog. Holly. Heiligabend. Bist du dir auch ganz sicher? Fragte Cassie, als sie meinen Brautschleier richtete. Ich betrachtete mich im Umkleidespiegel. Ich sah aus wie meine Mutter an ihrem Hochzeitstag. Schon deshalb kamen mir beinahe die Tränen. Meine Mutter war die schönste Frau, die ich jemals gesehen hatte. Da erschien mir die Tatsache, ein paar ihrer Eigenschaften in meinem Gesicht zu erkennen, wie ein Geschenk. Meine dunkelbraune Haut hatte den gleichen Farbton wie ihre. Auch meine Stupsnase und mein herzförmiges Gesicht glichen ihr. Mein Lächeln hatte ich ebenfalls von ihr, aber die Augen hatte ich von meinem Vater. Sie waren tiefbraun mit Anzeichen goldner Sprenkel darin. Mom war bis eben noch bei mir im Umkleidezimmer gewesen, hatte sich aber entschuldigen müssen, weil sie immer wieder in Tränen ausbrach und rief, mein Baby heiratet heute. Wenn meine Gefühle ein Fluss waren, dann waren die meiner Mutter ein Ozean. Ausladend, vielschichtig und tief. Mein Herz raste, als ich mich im schönsten aller Hochzeitskleider sah. Cassie redete weiter auf mich ein, während sich mir der Kopf drehte. Weil die Ehe eine große Verpflichtung bedeutet und weil wir noch so jung sind, Holly, und weil… Ich liebe ihn, erwiderte ich und wandte mich um, während mir das Herz die Brust sprengte. Ich blickte auf den Verlobungsring an meinem Finger. Wärme erfüllte meine Brust und die Freude ließ mein Herz hüpfen. Ich wusste, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Ich wählte den Mann, der mich wählte. Wir sind seit Jahren zusammen und ich weiß nicht, warum wir noch warten sollten. Ich verstehe ja, dass du mir als beste Freundin die letzte Chance, dich in Sicherheit zu bringen, Rede hältst, aber mach dir keine Sorgen. Ich habe mir den richtigen ausgesucht. Ich bin heute nicht die Braut, die sich nicht traut. Gut, sagte sie und glättete ihr rotes Seidenkleid. Weil nämlich gerade der gesamte Ort in der Kirche darauf wartet, dass du vor den Traualtar trittst, da möchte ich nur ungern die Trauzeugin sein, die allen erklären muss, dass du die Hochzeitsfeier in letzter Sekunde abgeblasen hast. Ich schnippte mit den Fingern. Wo wir gerade vom Feiern reden. Ich raffte das schwere Kleid in meine Arme, lief zu meiner übergroßen Handtasche, entnahm mir einen Stapel Papiere und hielt sie Cassie hin. Ich habe die Kapitel gelesen und korrigiert, die du mir geschickt hast. Was hat das mit der Hochzeitsfeier zu tun? Tatsächlich hatte es gar nichts damit zu tun, nur damit, wie mein Verstand tickte. Ständig stellte ich seltsame Verbindungen her. Du weißt doch, dass da eigentlich kein Zusammenhang besteht. Ich habe mich nur daran erinnert, dir die Kapitel zurückzugeben. Cassie schüttelte den Kopf. Arbeitest du sogar an deinem Hochzeitstag? Sie kicherte. Minuten, bevor du vor den Traualtar trittst? Was soll ich sagen? Ich bin eben mit Leidenschaft bei der Sache. Ich zog einen Stift aus der Handtasche und nahm mir ein paar der Seiten wieder ab. Ich habe mir überlegt, dass wir noch… Holly! schimpfte Cassie und zog mir die Blätter aus der Hand. Heute wird nicht gearbeitet. Ich schmolte. Heute wird nur geheiratet. Na schön, aber sobald der Tag zu Ende ist, arbeiten wir weiter. Vielleicht sollten wir uns auch Weihnachten freinehmen. Sei nicht albern. Liebesromane schreiben sich nicht von alleine. Cassie und ich schrieben zusammen Bücher, seit wir Teenager waren und hatten damit unter unseren Künstlernamen H.C. Harvey schon früh Erfolg gehabt. Gerade drohte unser Verlag mit einem unumstößlichen Abgabetermin, was uns jedoch nicht wirklich schockierte, weil wir immer in letzter Minute abgaben. Wir waren zusammen in der Kleinstadt Birch Lake, Wisconsin aufgewachsen und seit der Grundschule beste Freundinnen. In Birch Lake kannte nicht nur jeder jeden wie seine eigene Westentasche, sondern vermutlich auch noch die letzten vier Stellen von dessen Sozialversicherungsnummer. Ich war vor ein paar Jahren mit Daniel nach Chicago gezogen, hatte aber immer gewusst, dass ich im Kreis meiner Familie und Freundin unserem kleinen Heimatort heiraten wollte. Meine Anschrift mochte mich als Großstadtmädchen ausweisen, doch tief in meinem Herzen hatte ich noch immer eine Schwäche für das ländliche Wisconsin und meine kleinstädtischen Mitbürger. Alle 302, nein falsch, 303 Seelen. Ich hatte vergessen, dass Kelly aus der Bäckerei vergangenen Sonntag ihr drittes Kind bekommen hatte. Und wie hätte man den Heiligen Abend besser verbringen können als mit einer zukünftigen Birch Lake-Hochzeit. Okay, meinetwegen. Aber konzentrieren wir uns lieber auf die momentane Situation. Sehen wir zu, dass du unter die Haube kommst, sagte Cassie und unterband damit jedes weitere Wort über die Arbeit. Und als sie mir den Brautstrauß reichte, sah sie aus, als wollte sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. Was? Nichts, gar nichts. Es fühlt sich nur plötzlich so echt an, weißt du? Dich in dem Kleid zu sehen. Ich hab einfach Angst davor, meine beste Freundin zu verlieren. Mensch, Cassie, jetzt toll doch nicht. Ich weiß ja, dass Daniel und du euch nicht ausstehen könnt. Aber ich verspreche, du wirst mich nicht verlieren. Außerdem bist du die eine Hälfte von H.C. Harvey. Du kannst mich gar nicht verlieren. Darunter würde nämlich mein Bankkonto leiden. Sie lachte leise und wischte sich die Tränen von den Wangen. Damit das klar ist, ich hasse Daniel nicht. Ich dachte nur nicht, dass er der Richtige für dich sein könnte. Aber das ist er. Er ist der Einzige für mich. Ja, das sehe ich jetzt auch. Egal, bringen wir dich unter die Haube. Sie führte mich in die Vorhalle und blieb vor der Tür stehen, hinter der meine Eltern auf mich warteten. Bevor Cassie die Tür öffnete, hielt sie noch einmal kurz inne und warf einen Blick in meine Richtung. Bist du dir sicher, Holly? Fragte sie ein letztes Mal. Diesmal schien sie es ernst zu meinen. Die Wirkung auf mein Nervensystem erschütterte mich ein wenig. Cassie, es ist Zeit für mich zu sagen, dass ich mir sicher bin. Ja, natürlich. Sie drückte die Tür auf und ließ mich hindurchtreten. Mom umarmte mich weinend, während Dad stumm lächelnd im Hintergrund stand. Mein kleiner Bruder Alec erklärte, ich sähe immerhin besser aus als mein sonst übliches, nachlässiges Erscheinungsbild. Ein größeres Kompliment konnte man von einem Bruder unmöglich erwarten. Alec und ich sahen uns nicht besonders ähnlich. Er glich eher unserem Vater. Wie er war er ein großer, schlanker Typ mit Buzzcut. Wo ich Rundungen besaß, glich Alec einem Stecken. In der Grundschule hatten ihn alle Slim Jim gerufen und er hatte es gehasst. Ich beneidete ihn, weil er essen konnte, was er wollte, ohne dabei zuzunehmen, während ich schon zwei Pfund zulegte, wenn ich nur an einen Keks dachte. Nach seinem halbwegs netten Kompliment nahmen Alec und Mom ihre Plätze ein. Dann führte Dad mich zum Altar, wo Daniel auf mich wartete. Daniel wirkte nervös, was mich nicht überraschte, denn er bekam jedes Mal Ausschlag, wenn er vor Menschen auftreten musste. Vor anderen zu reden war seine größte Angst, sodass ihm die Vorstellung, vor der versammelten Stadt das treue Gelöbnis ablegen zu müssen, vermutlich um den Verstand brachte. Doch als Dad mich meinem Bräutigam zuführte, meldeten sich auch meine Nerven. Ich wandte mich Cassie zu, um ihr den Strauß zu übergeben, und sie nahm ihn mit der Andeutung eines Lächelns entgegen. Auch sie wirkte nervös, was merkwürdig war, denn Cassie glänzte gewöhnlich vor anderen Leuten. Ihre extrovertierte Art hatte schon bei dutzenden Signierstunden in hellem Glanz erstrahlt. Schwitzte sie etwa? Es war doch trotz der vielen Menschen nicht warm im Saal. Pastor Thomas begann mit der Zeremonie, und ich spürte, wie mir meine eigene Nervosität auf den Magen schlug, als er sagte, wenn jemand der Anwesenden etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen. Das für ein seltsamer Satz während einer Hochzeitsfeier. Ich hätte ihn gern gestrichen, aber er gehörte nun einmal traditionell dazu. Und was konnte ich schon gegen Traditionen einwenden, selbst wenn sie total idiotisch waren? Man konnte sich doch unmöglich vorstellen, dass irgendwer aufstand und Einspruch... Ich erhebe Einspruch! Ich blinzelte. Einmal. Zweimal und... Dann ein drittes Mal. Ich starte Daniel an. Die Worte sprudelten nur so über seine Lippen. Meine Brauen zogen sich zusammen und ich neigte den Kopf. Äh, was? Ich erhebe Einspruch! Wiederholte er und schüttelte unentwegt den Kopf. Ich erhebe Einspruch! 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 Pastor Thomas beugte sich zu Daniel vor. Ich denke, alle haben sie bereits beim ersten Mal... ... ... ... ...